unsere geschichte beginnt in atlas dort rief der burggraf nach hell die ihm zu hilfe kommen und die von den verrückten doktor jankenstein beschützen sollten aber würde sein verzweifelter ruf der höberfliege genau da kann ich nicht aufhalten ist ja schon alles erklärt nämlich an wir spielen wieder jankensteins wache übrigens joi willkommen mein name ist an jubel p wir kommen zurück zu let's play overwatch letzten folge haben wir zwei mal hier versagt bei jankenstein sache das hier ist wieder der mittlere schwierigkeitsgrad also kriegen wir jetzt verlaubt die möhre habe ich das gefühl aber schauen also nicht so mäßig tut es ja glaube ich lohnen also ja wenn man noch kurz gucken die granate und ihre alten heilungen gegner allein schaden können wir vielleicht gut gewesen gegen sind ein bus dann stößt sich aber nur sein herz ja irgendwie gerne und kann irgendwie sich nicht heilen wenn sich warum funktioniert hat nicht durch gemein oben in der heilung dagegen hier sehe ich alles so schön okay mich so wie jetzt von mir muss von kopfdutig weil nicht overwatch schon was ich meine da du zum beispiel weg könnte eigentlich direkt aufs tor schießen durchzukommen da ist noch einer an den schaden gemacht was ich glaube ich überhaupt nicht und was weiß ich noch alles kein mensch mehr sondern ein monster vielleicht möglicherweise sind sie aber die da wir sind jetzt schon jemand zeigt das ist ein paar da bist du dich ich habe der revolver man gewesen er zeigt ist die ganze zeit so nach oben gegangen ist der schockreifen des doktors explodiert ich weiß aber diese kettensäge nicht das mächtige heilchen tor den druck spackt er macht schon wieder der oder war macht ihr denn also scheiße ich weiß wieder was macht hier ich würde mal auf den los ich hier unten bleiben ich habe ich dann für ich bekomme diese kill meldung immer verspät zwar ist der revolver man verstärken wird eine geile ultimate der seelen erfahrte nichts mehr gemein die menschen wir machen jetzt irgendeiner dem platte nein als die alchemisten den zehn herter tötete überkam sie trauer um die menschen den sie angst gekappt hatte was den meinen die damit ich bin einfach ne ich bin einfach ne die faust gegen die früße gegeben dann schlaf mal schön extra punkte du blöder warum bist du weg sich doch verdammt noch mal ja komm oh mein gott anstatt sich da kurz runter zu bewegen da riesen stutt der eine tippe in soldaten spielt hier dauernd seinen heil dingen jetzt geht es noch glaube ich jetzt sind wir noch nicht so im eimer vielleicht die dinge auf meine kollegen ganz erwärten weil noch den bogen schützt auf der bogenschütze fängt die ganze zeit ich mach los grob ja ich bin so gut in dem spiel ja ich bin voller meister geoshooter und seine schöpfung entfällt nicht ja geht die ultimator neben vorbei man ja heil dich mal soll nicht so durchgehen man eine finstere abscheulichkeit mit unmenschlicher kraft und bau sein leistung verstärkt greif an ja ich hab ihn seine heilung abgebrochen ja so ich hab mich treffelt ich hab mich nicht gerettet gott verdammt was machst du eigentlich die ganze zeit die ganze zeit das ist schon wieder sein herz aber wir verlieren sowas von wir haben schon die hälfte verloren von unseren dingen jetzt bin ich tot mann lehmer dadurch punkte ich mach da nicht drauf naja ich bin noch nicht ganz da hallo doch mal einer die leute kaputt hier auf ins tor gehen hilfe warum hat ich mich nicht ein da leute hilft mir doch weiner müssen wir soll da war die ganze zeit tot glaube ich nicht verloren und da kommt ja noch was sehr viel schlimmer ist als die alchemist in den siehnen ernten überkamen sie kann ich ein bisschen noch mal jemand ihr habt so schwer weil ich so schwer sein kann schauen leute also er ist einfach da hingegangen wo voll viel gegner waren die halb nicht gemacht ist doch nicht immer den einen typen ja ich bin auch verreckt also kann ich jetzt nichts dagegen sagen 1000 irgendwas erfahrung ja nie im leben ja solche skins ist ja dutzende labs bekommen weil wir funktionierten hat dann wenn man schon maximale erreicht hat kommt man ja nie an loot boxen ja voll scheiße noch eins oder aber mal so ein ziel ist ja egal von bad für eine box bekommen oder nämlich an ob jetzt hier so einen janken stein ding machen oder nicht mindestens auf 25 sagen können müssen es auseinander liegen und führen weder gewandt noch suspendiert sein okay das ist einfach nur das ein wechsel nicht darf nicht zerstört werden und dann müsste müsste also geil das sind nicht mal mehr sommer spiele halloween loot boxen okay wie kriegt man die man wenn man die dinger schafft wird bei uns so eine sache ist mal gucken aber danach noch gleich keine ahnung der tracer mit der kann ich wenigstens was auch alle sind level 56 irgendwas und schlecht einfach tracer zu meiner main oder nach ne idee oba 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 einfach zeit zurückdrehen damit danach lehrt ja dass mir aufgefallen wir müssen ja so ein auto beschützen da müssen wir immer autos beschützen irgendwo ist immer zwölf und mittags warten schon da ich sollte wenn sie schon was machst du da kommen wir vielleicht zurück auf die ende alle hier gehen alle nach oben war aber noch einer glaub ich nase die kommen da nicht auch schnell man ist nicht gut es hat mich schlecht teleportieren da habe ich beim letzten mal irgendwie besser hingekriegt und ich hasse es hat ich hier nie weiß wo ich hin muss oh mein gott drei eliminierung das steht einmal ausgezeichnet war ja nicht irgendwie am wenigsten leiden macht mich immer mit einem schlag fertig in anderen spiel in anderen spielformen in anderen spielformen hama und nicht durch dann Aber was war da? Was ist das? Ist doch voll AP, ja. Alleine, ich war wieder. Ah, immer die. Herrlich. Oh, der Kack. Ich muss ja nicht, dass wir da irgendwie weiterfahren. Doch, allerdings hätte ich weitergehen können. Verdammt! So ein Dreck. Ich bin schon direkt hier, oder was? Ja, ich sehe schon wieder diese einen Ballern. So ein Lass. Okay, entspricht hier. Ach, was hast du hier? Okay, das ist ja so. Wie fragst du, wiegt ein Schiff? Okay, ich bin hier mit dem Schiff. Ich hab' die Geschicksal. Ich war' die Schiffen. Ich hab' die schiffen. Ich bin hier mit dem Schiffen. Ich hab' das Gefühl. Das muss ich nicht wahr sein. Wie? steht schon wieder ein kaffer bekommen meine teleportationsfähigkeit dann auch aufladen da jetzt geht es noch ein bisschen ein panzer aufgebaut naja ja oh gott da ist hier ist nicht gut so sieht das aus geil ja voll geil aus die teleportation ich mache schon jetzt geht er runter nein, jetzt sind die alle da, leck mich mein Amt so, Miner Miner ich bin wieder voll, du nicht ja, der ist so gut wie tot gewesen, hallo wot 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 Ne, das schaffen wir nicht. Oh Mann. Da war jemand, da war jemand. Glaube ich. Ich dachte, damit sowieso nie was. Oah. Was? Oh Gott, du meinst mich. Wenn ich mich besser treffen wäre, wäre ich noch besser. Nein, ich schaue wieder auf. Verdammt. Ich mach mal so wenig aus. Ich soll ja angreifen und so. Ich brauche irgendwie Angstkraft und keine Verteidigung und so, ne? wird er blau uns ich muss ja natürlich aus muss ja unbedingt zurück wenn ich mal besser treffen wir haben welche noch ein geiler nein man muss da noch einer zukommen lass mich doch mal in einem jahr zwei kopf machen wenn man glück haben schaffen wir noch den weg zu weiß ist sie wieder in der mecca war hatten für eine reichweite gab das teil vor weit entfernt war war noch gar nicht durchgekommen oder da war mir irgendwie klar mit ihren dicken könnte ich nie in dem spiel ich habe mich doch gerade gesehen wie ich da gestorben habe ich auch zwei bekommen sehr gut noch drei bekommen mit zweiter platz ja jetzt fragt sich ob ich mit links bekommen aber eine normale na aber wir sind nicht ins nächste match war so gegangen okay ich verstehe ich nicht egal noch mal ich habe wir kriegen die nur ich dinge das praise und spielerikons versuchen wir noch einmal auch leicht oder eigentlich die schnelle dingen hier was man hat noch mal immer so oder so halloween dinger bekommen machen wir lieber den ganz normal ein match noch wenn wir jetzt hier halloween den ganz gut box nur dadurch bekommen dann hätte ich da auch weiter gespielt aber so hat hier funktioniert aber wenn man auf dem maximum level ist dann kriegt man ja keine loot box mehr oder und dann kannst ja sowohl lasse ja für immer wenn er jetzt schon maximum level bis dann das ja da kannst du hat eventuell nicht spielen mehr oder weniger kannst du gar nicht das kind so bekommen oder wie funktioniert hat keine ahnung aber gern wissen was das maximum level ist kann man hat irgendwie spieler begegnen oder irgendwie soweit ja ahnung letzte match wurde nicht mal gezeichnet ja sonst präne wie kriegt man dieses geld das frage ich mich weil so eine sache warum sollte ich dafür geld ausgeben bin ich also nicht wenn ich die durch loot box und so bekomme dafür wahrscheinlich ich habe keine ahnung wahrscheinlich welche schneiden erst einmal ich bin sofort zum schneiden das soll ja wissen ja irgendwie gehört hat einige helden entfernt werden so in der zeit irgendwie weil nicht erschreckend ist da waren du spielst nur ein helden die ganze zeit und genau die seite wird dann entfernt wir haben voll kacke also auch mehr so machen wir die auch spielen wir die wir machen sie nicht wir spielen sie können du herr nein oh gott gut in griechen wo ist denn hier natürlich war mädels zocken und die aus japan oder was sind keine japanischen schriftzeichen wir hatten für den spiel modi sagt man jetzt gar nichts und jetzt hier so zwei dinger bro fest also was geil war nämlich heilen sollen werde gedacht hat dieser fest habe ich direkt anspringend ganz ehrlich weil die brüstung runtergeschmissen die kannst du sagen schlagen ja ich nehme ein kontrollpunkt spieler in denen sind wir ja sehr gut ich hatte da sehr gut zu sein weil ich natürlich ernst war nein die schon wieder seid ihr in alle sind da drei vier stücke oder so wenn ich eingehe ja ich glaube mit der wird das nix hier in dem modus nach oben ist einer da oben ist einer wenn man da hoch wir machen seid fertig weil die keine ahnung nein nicht auch nicht verblasen war los verdammt danke wenn wir alle auf einem platz seid dann könnte ja mal nein das gibt es jetzt einfach nicht ich glaube dir einen affen jetzt läuft ich mache ja voll wenig schaden danke wir haben schon verloren gleich danke da gibt es da jetzt einfach nicht beim schmeißen ihren komplett neuen spielmodi rein von nämlich keine ahnung machen wie kam mit dem immer fast bald spielen kommen ja spielt noch der war jetzt wo es einfällt und wo lassen wir das erst mal fragen dann können wir die punkten verfügbar in entschuldigung jetzt muss man hier rein der na war das ist ja schon wieder weg alter wo waren die schon wieder alle sonnig eine waffe so eine biowaffe oder wie alter du schießt mich die ganze zeit ab man ich habe die eilung da mit der wird das nächste kühl ist er noch mal keine ahnung wenn wir die ganzen leute ja noch mal sind noch mal die wir aus dem ding und hier aus dem jankenstein dinge mir vielleicht bringt es das ja na gott ehrlich jetzt mal wenn ich da vorbeilaufen hat mich mal ab der alter der ist die ganze zeit da ich komme ich gucke da nur eine sekunde durch und der schießt schon auf mich weil es ein geschützt oder so ich kann mir nicht vorstellen wie man so schnell reflekt hat noch mal mit der wird hat nichts glaube ich nicht mein gott wir haben schon verloren wenn wir auch wenn immer so eindeutig zu verlieren gibt es noch nicht der pokéball auf der schulter oder was war hat auch in blau pokéball einfach runtergeschmissen aber es mit diesen einen gewesen ja ja ich gebe ihnen weil er hat irgendwie jemand anderen da von der brüstung unter geschmissen da war nicht am besten ja da will ich ja wieder nicht passiert die meistert verloren dann wenn ich mal in dem part hier und wir sehen uns in der nächsten let's play overwatch ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge